Kafkas letzte Tage Donnerstag, 22. Mai 1924. Briefe an den Vater. Der 36. Tag, den Kafka in Kehrling verbringt, ist warm. Es hat bis zu 24 Grad und trocken. Das Leben im Sanatorium nimmt in seinem durch Kafkas Krankheit vorgegebenen Rhythmus seinen Lauf. Neben Arztbesuchen, die langsam weniger werden, bieten Korrespondenzen Abwechslung und immer wieder das Thema Essen und Trinken. Vor allem das Trinken bringt Kafka dem fernen Vater näher, wie ein Brief aus diesen Tagen zeigt. Aber auch das Essen suche ich mir zu erleichtern. Zum Beispiel, was dir liebster Vater vielleicht gefallen wird, durch Bier und Wein. Freilich, die Mengen, in denen es getrunken und die Art, in der es behandelt wird, würden dir nicht gefallen. Nein, sie gefallen mir auch nicht, aber es geht jetzt nicht anders. Warst du übrigens als Soldat nicht in dieser Gegend? Kennst du auch den Heurigen aus eigener Erfahrung? Der Tonfall dieser und anderer Stellen aus den Briefen an die Eltern aus dem Kehrlinger Sanatorium hat nur wenig mit dem vorherrschenden Klischee der angsterfüllten, distanzierten Vater-Sohn-Beziehung zwischen dem Geschäftsmann Hermann Kafka und seinem schreibenden, erstgeborenen Franz gemeinsam. In Kafkas berühmten, etwa viereinhalb Jahre früher verfassten Brief an den Vater hieß es Der Adressat dieser Zeilen erscheint als übermächtiger tyrannischer Vater. Der Sohn als dessen unterdrücktes, machtloses Geschöpf. Die Frage, ob der Brief an den Vater ein tatsächliches Porträt des Vaters Kafkas zeichnet oder ob es sich um einen literarischen Text mit fiktionalisierten Zügen handelt, kann nicht eindeutig beantwortet werden. Offensichtlich ist jedoch, dass Kafkas Briefe aus Kehrling an die Eltern Dokumente einer anderen familiären Situation sind als jene, von der er Jahre zuvor dem Vater seiner Verlobten Felice Bauer berichtete. Ich lebe in meiner Familie unter den besten, liebevollsten Menschen, Fremder als ein Fremder. Mit meiner Mutter habe ich in den letzten Jahren durchschnittlich nicht 20 Worte täglich gesprochen, mit meinem Vater kaum jemals mehr als Grußworte gewechselt. Mit meinen verheirateten Schwestern und den Schwägern spreche ich gar nicht, ohne etwa mit ihnen böse zu sein. Für die Familie fehlt mir jeder mitlebende Sinn. Kafka, der zum Erben des väterlichen Geschäfts bestimmte, der sich jedoch ein anderes Leben wünschte, mit anderen Zielen als jenen, die der Vater für ihn seit seiner Geburt vorgesehen hatte, stand zweifellos unter großem Druck. Dora Diamant hat leider wenige Aussagen hinterlassen, die Kafkas Verhältnis zum Vater beleuchten könnten. Auch sie betont letztlich vor allem die Ambivalenz seiner Gefühle. Etwa wenn sie von dem Moment spricht, in dem Franz im März 1924 von der gemeinsamen Wohnung in Berlin zurück nach Prag fahren sollte. Die Rückkehr ins Elternhaus bedeutete für ihn die Rückkehr zum Lebensdilettantismus. Das quälte Kafka vor allem. Man konnte es an der seelischen Bedrückung sehen, die ihn überkam. Ich blieb in Berlin. Kafka wollte nicht, dass ich in das Haus käme, aus dem all sein Unglück entsprungen war. Der Hass auf seinen Vater und das Schuldgefühl wegen dieses Hasses war ein Teil seines Gesamtkomplexes. Ich bin überzeugt, dass er ihn so manches Mal in seinen Träumen umgebracht hat. Ihr Geschäft hatten Kafkas Eltern bereits 1918 verkauft und sich zur Ruhe gesetzt. 1931 verstarb Hermann Kronenberg. Ein Podcast der österreichischen Franz Kafka Gesellschaft.